Musik Viel mehr als neuen Router. Die Digitalisierungsbox Premium der Telekom ist eine komplette Telefonanlage mit Highspeed-Internet. Sie können Nebenstellen einrichten, Konferenzen schalten, Rufnummern managen, einfach alles, was Sie sich von einer sicheren Sprach- und Datenkommunikation am IP-Anschluss wünschen. Sogar ein zusätzliches privates Netzwerk können Sie einrichten. Aber zu den vielfältigen Möglichkeiten komme ich später noch einmal. Hallo, mein Name ist Tim Gölln und ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie Ihre Digitalisierungsbox Premium anschließen und einrichten. Und das geht ganz einfach. Als erstes montieren Sie die WLAN-Antennen. Diese lassen sich schnell und unkompliziert anbringen. Dann stecken Sie das graue DSL-Kabel in die dafür vorgesehene graue Buchse Ihres neuen Geräts. Das gelbe Kabel verbinden Sie mit Ihrem Laptop oder PC bzw. mit Ihrem IP-Systemtelefon. Haben Sie ein ISDN-Telefon oder eine ISDN-Anlage, dann nutzen Sie bitte dafür Ihr ISDN-Kabel. Bei analogen Endgeräten, wie zum Beispiel Ihrem vorhandenen schnurlosen Telefon- oder Faxgerät, nutzen Sie bitte den TAE-Adapter, der sich mit in Ihrem Paket befindet. Jetzt stellen Sie die Stromversorgung her und das war es schon mit der Verkabelung. Sie können sofort überprüfen, ob alles geklappt hat. Die Lämpchen auf der Digitalisierungsbox Premium zeigen Ihnen, ob die Stromversorgung besteht, das System betriebsbereit und eine DSL-Verbindung vorhanden ist. Das System bezieht jetzt automatisch die benötigten Internetzugangsdaten und Ihre Telefonnummern. Haben Sie etwas Geduld. Die automatische Konfiguration kann ein paar Minuten dauern. Nach Abschluss der Konfiguration können Sie alles noch einmal überprüfen, gegebenenfalls ändern oder erweitern. Sie öffnen dafür Ihren Browser auf Ihrem PC und geben die IP-Adresse der Digitalisierungsbox ein. Die Adresse finden Sie auch in Ihren Einrichtungsunterlagen. Unser komfortabler Assistent führt Sie dann in wenigen Schritten durch die manuelle Einrichtung. Geben Sie an dieser Stelle ein neues und sicheres Systempasswort ein. Merken Sie sich dieses bitte bzw. schreiben Sie es sich an einem sicheren Ort auf. Das Systempasswort brauchen Sie, um sich an Ihrem Router anzumelden und Einstellungen zu ändern. Klicken Sie auf Übernehmen. Der grüne Pfeil zeigt Ihnen, dass die Verbindung besteht. Wählen Sie jetzt bitte die Zugangsart aus, zum Beispiel VDSL oder Entertain. Für Deutschlandlan IP Voice Data nehmen Sie die Telekom-Voreinstellung. Hier kommen Ihre Telekom-Zugangsdaten rein. Sind Sie Neukunde, finden Sie diese in Ihren Einrichtungsunterlagen. Haben Sie bereits einen Telekom-Anschluss, nutzen Sie bitte Ihre bisherigen Zugangsdaten. Mit dem Button Test Internetverbindung können Sie nun überprüfen, ob der Internetzugang erfolgreich konfiguriert wurde. Der nächste Schritt ist das WLAN-Netzwerk. Suchen Sie sich einen Netzwerknamen und einen WLAN-Schlüssel aus. Damit der Schlüssel sicher ist, sollte er mindestens acht Zeichen haben. Auch diesen bitte unbedingt merken und sicher aufbewahren, da Sie sich damit in das WLAN-Netzwerk einloggen. Auf der Digitalisierungsbox sehen Sie an der blinkenden WLAN-Leuchte, dass Ihr WLAN eingeschaltet ist. Jetzt sind die Telefone dran. Bei bereits angeschlossenen Telefonen brauchen Sie nichts weiterzumachen. Die Anschlüsse sind schon automatisch vorkonfiguriert. Möchten Sie weitere hinzufügen, gehen Sie bitte auf Neu. Deutschland ist voreingestellt. Sie brauchen also nur noch die Ortsvorwahl und Rufnummer einzutragen? Fertig. Auch hier sehen Sie durch die grünen Pfeile, dass die Registrierung geklappt hat. Ein Hinweis für ISDM-Telefone. Die interne Rufnummer an der Digitalisierungsbox stellen Sie bitte auch im Telefon ein, falls nicht schon geschehen. Möchten Sie Änderungen vornehmen, dann gehen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Hier können Sie eine interne Rufnummer auswählen und bestätigen. Telefonnummern und weitere Einstellungen der Digitalisierungsbox Premium, wie zum Beispiel Uhrzeit und Zugriff auf das interne Telefonbuch, werden automatisch auf das Systemtelefon übertragen. Wir möchten es Ihnen so bequem wie möglich machen. Das war's. Sie sehen hier in der Übersicht alles, was Sie erfolgreich eingestellt haben. Und ganz, ganz wichtig, speichern Sie jetzt. Die wichtigsten Einstellungen sind nun getätigt, aber Sie haben noch viel mehr Möglichkeiten mit Ihrer neuen Digitalisierungsbox. Sie können bis zu 15 Systemtelefone und Smartphones einbinden, ein zusätzliches privates Netzwerk einrichten oder Ihre Sprachbox individuell gestalten, zum Beispiel mit Musik. Und vieles, vieles mehr. Wenn Sie mehr Informationen zur Digitalisierungsbox Premium haben möchten oder Fragen haben, dann rufen Sie uns gerne an, entweder Ihren persönlichen Berater oder unsere Kollegen an der Hotline. Viel Spaß mit Ihrer neuen Digitalisierungsbox Premium im besten Netz der Telekom. Tschüss und bis zum nächsten Mal. So geht das.